Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Liebes Zauber, 5. September 2017 Ein Herzesmann oder eine Herzesdame kann ich nicht herzaubern, aber ich kann Ihnen helfen. Es gibt ein Energiefeld für die Liebe und dieser Energiefeld befindet sich im Augenblick im Dirkreichzeichnen wieder. Natürlich, das bedeutet auch bei vielen Fällen ein Neuanfang. Wieder symbolisiert auch Neuanfänge. Dieser Energiefeld strahlt aus und immer wieder kommt zur Verbindung, zum Planeten, zur Sonne, Mond, aber heute ist es ganz anders. Es ist keine Verbindung da und es ist spürbar in den heutigen Tag. Es gibt auch keine Hindernisse, aber es ist die Unbeweglichkeit. Und von den Fixsternen, also von anderen Sternbildern, ist doch eine Verbindung, also kommt von außen. Und dieser Stern, was die Liebesenergie etwas bewirkt, dieser Stern heißt Al-Janach. Und es kommt von Arabischem und bedeutet übersetzt der Flügel. Was vermittelt uns diese Flügel und was für Flügel ist es, das ist die Flügel von Pegasus, der geflügelten Pferd. Ein Sternbild im Himmel. Und es beeinflusst unsere Liebesenergiefeld. Das bedeutet befreien von etwas. Oder frei zu sein in Liebepartnerschaft. Oder frei von etwas Neues. Und dieses Neues wird bei vielen Fällen kommen im Arbeitsplatz. Was bedeutet noch dieser Stern? Was vermittelt noch? Wir sollen heute nicht niederbeugen. Wir sollen auf unserer eigenen Meinung bleiben. Was wir vorhaben. Das vertreten. Dann kommt ein gutes Ende. Also es ändert sich etwas. Und es ist sehr angenehm, was dann kommt. Wenn jemand wissen möchte, welche sind die günstigen Tage für Liebe und Partnerschaft. Das können wir maßgeschnitten, anfertigen. Für die ganze Jahr oder nur für einen Monat oder nur einen bestimmten Tag. Und dabei helfe ich Ihnen gerne. Wenn da noch Hindernisse sind oder sogar Blockaden. Das kann ich auch erkennen. Und mit meiner eigenen Methode kann ich auch helfen, diese Blockaden auflösen. Das Wissen geht aber zurück in die alten persischen Astrologie. Und dann bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Und hier ist ein anderes